Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne 12 unterschiedliche YouTube-Nischen zeigen, mit denen ihr relativ einfach Geld verdienen könnt. Und heute mal in einer besonderen Edition, nämlich in der skurrilen Edition. Ich habe 12 wirklich skurrile Nischen gefunden, die aber ganz interessant sind und wo ich mir sicher bin, dass einige von euch die auch umsetzen können. Welche das sind, das erfahren wir gleich nach dem Intro. Kommen wir direkt zur ersten Nische und diese Nische ist so skurril, wie sie nur skurril sein kann, nämlich Animal ASMR. Ich denke, die meisten von euch kennen sicherlich bereits ASMR. Für die Leute, die es vielleicht bisher noch nicht kennen, ihr könnt euch das einfach so vorstellen, dass im Normalfall eine Person eigentlich am Mikrofon dran sitzt und zum Beispiel mit Fingernägeln über das Mikrofon so ein bisschen rüber streicht oder dran kratzt oder möglicherweise was ins Mikrofon sagt oder in der Nähe vom Mikrofon ist und so weiter und so fort. Und anscheinend entspannt das Leute, weil sie halt solche sogenannten Tingling Sensations im Kopf bekommen beziehungsweise im Ohr bekommen und Leute können sich also wie gesagt durch entspannen. Und vor einigen Tagen wurde mir folgendes Video hier vorgeschlagen, was ich sehr, sehr lustig fand, nämlich dieses hier ASMR Husky Reviewing Raw Beef Meat Parts. Ich muss ehrlich zugeben, dass es mir nicht entspannt, sondern dass ich es einfach sehr lustig fand und das hat mir übrigens die Idee gegeben, heute mal wieder ein Video zu YouTube Nischen zu machen. Und anscheinend gibt es erstaunlich viele Leute, die beispielsweise ihre Haustiere nehmen, nicht unbedingt jetzt hier Schweine oder Elefanten oder sowas, sondern zum Beispiel auch einfach ihre Schildkröte und sie beim Füttern filmen. Stellen einfach ein Mikrofon daneben, zum Beispiel wie in meinem Falle das Blue Yeti Mikrofon, das ist auch das Mikrofon, das die hier verwenden in diesem Video. Und wie gesagt, ist eine Kamera auf den Hund oder auf das zum Beispiel Kaninchen oder das Kaninchen beziehungsweise auf die Schildkröte gerichtet. Und diese Schildkröte ist dann wie gesagt diese, in diesem Falle zum Beispiel Wassermelone. Und dieses Video hier hat 20 Millionen Klicks bekommen. Das da drunter zum Beispiel vom ASMR Husky hat 30 Millionen Klicks bekommen. Das hier 10 Millionen, 1,8 Millionen und so weiter und so fort. Und selbst Schnecken-ASMA gibt es und Leute gucken sich das an. Also meine Güte, ich wette, dass diese Leute mit einem einzigen Video so viel verdienen, wie ich mit meinem kompletten Kanal wahrscheinlich im Monat. Also anscheinend lohnt es sich. Das ist also wie gesagt hier die erste Nische. Und ja, es wird noch skurriler. Dann die nächste Nische. Und ich glaube, da haben wir es auch fast schon. Nämlich Rubberband, Around und dann bestimmte Gegenstände. Zum Beispiel ein Trend, der natürlich jetzt viel auf YouTube oder schon seit längerer Zeit auf YouTube existiert, ist praktisch diese ganz normalen Schießgummis, um Dinge drum zu tun, wie zum Beispiel halt Wassermelonen. Daraus sind viele Memes entstanden, beziehungsweise einfach irgendwelche lustigen Videos, wo Leute immer mehr, seh ich jetzt mal, Schießgummis um ein Objekt rumspannen, bis praktisch dieses Objekt irgendwann kaputt geht. Ich habe es sogar schon gesehen mit einem Tresor, was ich sehr interessant fand. Mit einer Wassermelone, ich denke, wie gesagt, da ist jedem klar, dass die irgendwann kaputt geht. Bloß wann sie tatsächlich kaputt geht, das ist dann anscheinend die Überraschung. Und Leute gucken sich das, wie gesagt, ohne Ende an. Zum Beispiel 2,2 Millionen Klicks. Diese hat 17 Millionen Klicks, 42 Millionen Klicks und so weiter und so fort. Also es gibt schon sehr, sehr erfolgreiche Videos in dieser Nische. Und nochmal, ich werde eins von diesen Videos, gut, ich kann es mir sogar ausrechnen, wenn die CPM von, sagen wir mal, 2 Dollar haben, 17 Millionen Klicks, sind 34.000 Dollar. Also mehr, als ich mit meinem kompletten Kanal über zweieinhalb Jahre verdient habe, mit einem einzigen Video. Einfach nur, indem sie Schießgummi um eine Wassermelone herumtun. Mein Gott, ich glaube, ich habe manchmal die falsche Kanal-Nische verwendet. Dann die nächste Nische ist die Pokémon-Kart-Opening-Nische. Nämlich, wenn ihr beispielsweise solche Pokémon-Packs kauft. Ich weiß es noch früher, ich war damals ein großer Fan von Yu-Gi-Oh! und habe unglaublich viele Yu-Gi-Oh!-Karten gekauft und auch gesammelt und getauscht. Und natürlich kommt dieser Trend auch nicht nur, was Yu-Gi-Oh!-Karten angeht, zurück, sondern vor allen Dingen halt, was Pokémon-Karten angeht. Und da gibt es viele Leute, die halt diese Packs, sag ich jetzt mal, öffnen und da zum Beispiel irgendwelche bestimmten Karten drin haben, die vielleicht sehr selten sind. Oder sie öffnen die halt einfach nur und zeigen halt, welche Karten sie bekommen haben. Und da gibt es halt, wie gesagt, auch einen riesigen Trend. Zum Beispiel diese Person hier, Leonhard, hat anscheinend auf vielen Videos viele, viele 100.000 Klicks, manche sogar Millionen von Klicks. Und wie gesagt, es gibt unglaublich viele Leute. Auch gerade, wenn ich es mir angucke, so bei großen YouTubern, sei es dann zum Beispiel irgendwelche YouTuber wie Logan Paul oder wer auch immer, die jetzt langsam in solche Karten investieren, zumindestens darüber Videos auch machen. Oder kleinere YouTuber. Ich glaube, vielen von euch sagt sicherlich auch Max Moe vor was, der ja schon seit Ewigkeiten Pokémon-Karten öffnet und damit halt irre viele Klicks generiert. Sowas ist sicherlich auch ganz interessant für die Leute, die wirklich in dieser Nische drinstecken. Dann die nächste YouTube-Nische ist die Army Rations-Nische. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich diese Nische schon relativ lange verfolge, weil ich es ganz interessant finde. Wenn eine Person sehr, sehr alte Rationen zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg oder manchmal sogar noch ältere Rationen aufmacht und manchmal sogar die noch probiert. Und hier sieht man es halt, wie gesagt, diese Person zum Beispiel, dieser Steve 1989, der öffnet alle möglichen Rations, alle paar Tage praktisch öffnet der eine von diesen Rationen hier, die zum Beispiel halt im Krieg verwendet wurden oder wann auch immer. Und das Interessante ist, dass natürlich, ja, wie gesagt, viele von diesen Lebensmitteln immer noch essbar sind. Man kann übrigens diese Rations auch viel online kaufen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt da Special Connections haben. Ihr könnt einfach mal eingeben, sowas wie, was weiß ich, War Meal Ration oder Army Ration oder irgendwie sowas im Internet. Und dann werdet ihr halt alle möglichen von diesen Rations kaufen können. Aus vielen, vielen Ländern, also zum Beispiel in den USA oder zum Beispiel, wie wir es ungesehen haben, Indonesien. Auch viel wird in Schiene davon verkauft und so weiter und so fort. Und ihr könnt dann, wie gesagt, probieren und daraus Videos machen. Und die Person macht halt einfach nur ein Video, wie die Person also das Paket öffnet. Wie dann, wie gesagt, vielleicht immer ein bisschen probiert, solange es annähernd essbar ist und jetzt nicht komplett vergammelt oder so ist, stellt das online und generiert damit ohne Ende Klicks. Das ist auf jeden Fall die nächste Nische. Dann eine Nische, die ich persönlich sehr interessant finde und ich frage mich immer wieder, warum ich diese Videos mir angucke, weil ich sie absolut schrecklich, aber doch sehr interessant finde, sind Claustrophobic Cave Compilation Videos. Das sind einfach nur Videos von Leuten, die in sehr, sehr engen, sag ich jetzt mal, in sehr, sehr engen Höhlen waren. Das heißt, die sich da durch irgendwelche Schächte durchgequetscht haben, durch irgendwelche winzig kleinen Löcher und die da, sag ich jetzt mal, kaum durchkamen und da wirklich manchmal auch Probleme mit haben. Und diese Videos werden geklickt ohne Ende und werden auch durchgehend gepostet. Und das Interessante ist natürlich, dass es gerade in solchen Foren, sag ich jetzt mal, von Leuten, die halt in diesem Cave Sport sind, es sehr, sehr viele Clips gibt. Auch viele Leute nehmen das heutzutage auch mit ihrer GoPro. Und dass man natürlich diese Leute anschreiben kann, sie fragen kann, ob die zum Beispiel ihre Clips, ob man die zusammenschneiden darf und in den Combination reintun kann. Und das sind dann zum Beispiel halt solche 12 Minuten langen Compilations aus vielen, vielen winzigen Clips von zum Beispiel 10, 20 Sekunden oder so, wo man einfach halt sieht, wie eine Person sich durch einen sehr engen, sag ich jetzt mal, Schach drückt oder was auch immer. Fragt mich nicht, warum ich so etwas gucke. Ich finde es manchmal ganz einfach, weiß ich nicht, schockierend interessant. Aber gut, ist auf jeden Fall eine weitere Nische, die halt derzeit sehr, sehr viel Traffic bekommt. Dann die nächste Nische ist die Food Molding Timelapse Nische. Gute Frage, ob ihr das umsetzen könnt oder nicht. Ich meine, eigentlich so schwer sollte es gar nicht mal sein. Natürlich muss man jetzt nicht durchgehende Kamera darauf gerichtet haben, so zum Beispiel einfach nur eine Kamera, die zum Beispiel alle, sagen wir mal, 5 Minuten auslöst oder 15 Minuten auslöst, eine halbe Stunde auslöst und dann tut man halt praktisch all diese Bilder zusammen, speedet natürlich dann die Aufnahme ein bisschen ab und dadurch kriegt man dann praktisch so ein Video, wie zum Beispiel etwas verfault. Das könnte man zum Beispiel einfach dadurch machen, dass du, sagen wir mal, wie in meinem Fall hier eine Softbox nimmst, hast dann praktisch einen Karton, der auch am besten natürlich abgeriegelt ist, dass da auch nichts reinkrabbeln kann oder dass es nicht stinkt oder was auch immer. Stellst eine Kamera hin, kann auch, denke ich mal, eine GoPro oder so sein, beziehungsweise eine Kamera, die alle 30 Minuten zum Beispiel einmal auslöst und dann hast du halt zum Beispiel nach, sagen wir mal, zwei Wochen oder so, hast du dann ein paar hundert Fotos, diese tust du zusammen, machst daraus halt ein zusammenhängendes Video und das wird dann, wie gesagt, publiziert und diese Videos kriegen Klicks ohne Ende und genau, das ist halt auch so eine Nische, die ich super, super interessant finde und die halt auch unglaublich viel Traffic auch schon über viele Jahre bekommt. Das ist nicht nur für kurze Zeit, sondern zum Beispiel dieser Kanal hier, Tempenaut Timelapse, der hat schon relativ viele Videos online und zieht mit den meisten Videos Millionen von Klicks. Dann die nächste Nische ist diese hier, die Before- und After-Compilation-Nische, zum Beispiel von Leuten, die erstmal zum Beispiel ein Foto vor dem Make-up, nach dem Make-up oder zum Beispiel vor dem Gewichtsverlust, nach dem Gewichtsverlust oder erster Tag irgendwie Weightlifting und dann nach einem Jahr und so weiter und so fort. Das sind einfach nur Fotos von Menschen, die halt zusammengesetzt werden und man sieht erst das eine Foto, dann das andere Foto, dann wieder das eine Foto, dann das andere Foto. Natürlich hat man da dann zum Beispiel irgendwie 100 Personen, die in einem Video vorgestellt werden und daraus wird dann, wie gesagt, eine große Compilation gemacht und diese Videos generieren natürlich auch Klicks ohne Ende. Dann die nächste Nische ist die Clothing-Hall-Nische. Ich denke, einige von euch wissen sicherlich, was das ist. Ich meine gerade, ich denke mal, viele weibliche YouTuber machen das, wo dann beispielsweise halt, ja, unterschiedlichste Kleidungsstücke anprobiert werden. Ich glaube auch in vielen Fällen nicht unbedingt, dass die wirklich alle diese Kleidungsstücke auch behalten. Nämlich viele von denen kaufen die zum Beispiel einfach nur ein, ziehen sie dann an, präsentieren, wie die praktisch aussehen, sagen vielleicht noch, wo man die kaufen kann, packen einen Affiliate-Link in die Videobeschreibung rein und, ja, zeigen halt, wie gesagt, einfach, wie das so passt. Und dementsprechend könnt ihr sowas meines Erachtens auch super, super einfach starten. Ihr müsst halt bloß einfach einen Laden finden, sagen wir mal, wo ihr Klamotten finden könnt, die euch gut passen, die annähernd schick sind. Sagen wir mal, ihr geht jetzt, gut, ich kenne mich, was Mode angeht, bin ich wirklich ganz, ganz schlecht. Also sagen wir mal zum Beispiel so ein typischer Laden Zara. Ihr geht da praktisch zu Zara rein, kauft euch, was weiß ich, 20 Kleidungsstücke, macht daraus dann zwei, drei Videos oder sowas und ihr braucht da wirklich nur einfach eine Kamera, vielleicht ein bisschen ausgeleuchtet mit ein paar Softboxen. Ich glaube, ihr braucht noch nicht mal ein Mikrofon, weil ich gucke mir jetzt dann keine Clothing Hauls, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die Leute darin irgendwie viel reden, sondern einfach halt praktisch Klamotten zeigen, ein bisschen Hintergrundmusik, gut ausgeleuchtet, fertig ist und zack, hast du halt ein YouTube-Video, das höchstwahrscheinlich relativ viele Klicks bekommt. Ist die Coffeeshop-Sound-Nische. Nämlich sehr viele Leute gehen in, oder sagen wir mal einige Leute, gehen praktisch in Coffeeshops rein, legen dort einfach nur ein Mikrofon hin, nehmen zum Beispiel diesen Coffeeshop für eine Stunde auf und packen das als Video auf YouTube drauf. Und da gibt es dann zum Beispiel solche Kanäle wie Nomadic Ambience, die halt praktisch einfach riesige Compilations aus diesen Coffeeshop-Sounds nehmen und dann zusammentun und die zum Beispiel nennen sowas wie Coffeeshop-Sound for studying concentration oder one hour of high-quality Coffeeshop-Background noise, rainy night Coffeeshop, ambience with relax, okay, das ist mit Musik dahinter, aber viele, in vielen Fällen sind es halt einfach nur, sag ich jetzt mal, Audioaufnahmen von einem Coffeeshop und es ist nicht mehr als zum Beispiel irgendwie Leute, die im Hintergrund quatschen oder möglicherweise irgendwie das Klirren von Gläsern oder was auch immer und dann entspannt das Leute. Und das kann man übrigens auch mit vielen anderen, sag ich jetzt mal, Orten machen. Zum Beispiel könntet ihr so etwas wie die Sounds in, sagen wir mal, selbst solchen stressigen Orten wie zum Beispiel in einem Bahnhof oder sowas oder zum Beispiel, sagen wir mal, in einem Klassenraum oder sowas. Da gibt es also wirklich die unglaublichsten Nischen und ihr müsst ja bloß gucken, dass ihr einen interessanten Ort findet und da müsst ihr, wie gesagt, ein ordentliches Mikrofon hinstellen, die Sounds einfach mal aufnehmen. Ich denke, dafür reicht auch definitiv so ein Blue Yeti-Mikrofon und ja, dann könnt ihr das auf YouTube draufstellen, habt richtig lange Videos, wo ihr wahrscheinlich auch einige Werbblöcke reintun könnt, wenn ihr das machen möchtet und könnt damit natürlich dann einiges auch an Einnahmen erzielen. Dann die nächste Nische ist auch eine sehr praktische Nische, nämlich die Bike-Ride-Nische. Und natürlich, ihr könnt euch schon vorstellen, was das ist. Klar, man fährt Fahrrad durch bestimmte Orte. Zum Beispiel sehen wir es hier, Coleman Valley Road in Kalifornien. Dann natürlich auch sehr interessant, durch Tokio zum Beispiel fährt hier eine Person. Dann haben wir hier zum Beispiel in New York City und wir sehen immer, wie viele Klicks diese Views bekommen. Zum Beispiel 1,4 Millionen Klicks, das hier unten 2,8 Millionen Klicks und so weiter und so fort. Und Leute gucken sich einfach halt gerne an, wie eine Person durch einen bestimmten Ort durchfährt und das Ganze aufnimmt. Zum Beispiel kauft ihr euch einen Helm mit einer GoPro oben drauf. Da gibt es ja extra solche Vorrichtungen. Packt das der Visa dran, fahrt damit für eine Stunde rum und zack, könnt ihr halt ein tolles Video hochladen. Oder zum Beispiel macht das so, dass ihr euch diese Umschnallgurte für GoPros holt, die man praktisch einmal um seinen Oberkörper rumschnallen kann. Hat dann seine GoPro knapp unterm Kinn hier drunter und kann, wie gesagt, damit filmen. Aber ich denke mal, besser wäre es in diesem Fall mit einem Helm. Sieht zwar ein bisschen eigenartig aus, aber da gibt es auch schon ein paar ganz gute Designs, wo man nicht ganz so auffällig, sag ich jetzt mal, mit aussieht. Also, wenn ihr im Urlaub seid, wenn ihr an interessanten Orten seid, könnt ihr, wie gesagt, jederzeit euch aufs Rad schwingen und dann halt ein tolles Video abdrehen. Zum Beispiel in meinem Falle, ich wohne in Berlin. Ich könnte hier einfach mal schnell ins Stadtzentrum fahren, am Reichstag und so weiter vorbeifahren und könnte sicherlich einiges an Klicks hiermit generieren. Dann die nächste Nische ist die Weird Places on Google Maps Nische. Und ich denke, da muss ich auch kaum was zu sagen. Es gibt immer wieder komische Orte auf Google Maps, die gefunden werden und es werden täglich mehr. Ihr könnt hier auch immer hier oben auf Filter klicken und dann zum Beispiel auf Videos This Week. Das heißt zum Beispiel halt innerhalb von der letzten Woche, die hochgeladen wurden. Das heißt, ihr könnt jederzeit hier nach frischem Material gucken. Es gibt natürlich kein Copyright, sag ich jetzt mal, auf Orte. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dann die Koordinaten hier findet, könnt ihr natürlich auch jederzeit auf Google Maps diese Orte nochmal vorstellen und daraus halt ein eigenes Video machen. Natürlich jetzt aber bitte nicht diese Videos hier kopieren einfach und dann nochmal hochladen. Das bitte nicht. Sondern einfach die Orte zum Beispiel, die, sag ich jetzt mal, die Locations, wenn vielleicht in der Videobeschreibung dabei sein, die wie gesagt nehmen, in Google Maps nochmal eintragen, dann aber vielleicht drüber was sprechen, ein paar Kommentare oder halt Musik hinterlegen und dann hat sich das Ganze. Und dann die letzte Nische ist diese hier. Da habe ich mal einen spezifischen Kanal rausgewählt, nämlich OE Fitness. Das ist ein Kanal und ich denke, das könnte für euch auch ganz interessant sein, wo halt praktisch Gym Fails kommentiert werden. Und diese Videos kriegen Klicks ohne Ende. Der macht glaube ich alle ein, zwei Tage neues Video und ich meine, Gym Fails gibt es ohne Ende online. Und da müsst ihr halt bloß gucken, weil nämlich in Deutschland gibt es natürlich kein, sag ich jetzt mal, wie nennt sich denn das? Es gibt praktisch kein, nicht die Möglichkeit, Dinge zu kommentieren und dann zu sagen, okay, man beruft sich auf, gut, jetzt mache ich gerade dieses Video und es fällt mir der Begriff nicht ein, nämlich, dass ihr praktisch euch einfach darauf beruft, dass, ja, sagen wir mal, es ein Kommentar ist und ihr nicht unbedingt der Copyright verletzt, nämlich Fair Use. Genau, so heißt das Konzept. Nämlich in Amerika gibt es hier etwas, das nennt sich Fair Use. Hier in Deutschland ist das Ganze mit der Presse so ein bisschen problematisch, weil ihr nicht unbedingt Presse, sag ich jetzt mal, seid und weil hier natürlich auch Persönlichkeitsrechte verletzt werden könnten, muss man, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr zum Beispiel aus irgendeinem Grund in Amerika euer Unternehmen habt, viele haben ja zum Beispiel irgendwelche LLCs oder sowas in Amerika, dann gilt natürlich für euch Fair Use. Das heißt, ihr könnt beispielsweise diese Clips zeigen, könnt ihr drüber sprechen, könnt ihr daraus einen schönen Kommentar machen. Hier in Deutschland muss man, wie gesagt, ein bisschen vorsichtiger sein. Aber gut, das kommt dann, wie gesagt, auf dem Einzelfall darauf an. Da müssen wir auch mit einem Anwalt sprechen. Aber gut, grundsätzlich diese Nische ist halt recht interessant, weil halt es Fitness-Fails ohne Ende gibt. Und wenn man die zum Beispiel noch kopiert, äh, kopiert, ja, das vielleicht auch, aber wenn man die noch kommentiert und da vielleicht, wie gesagt, ein paar lustige Dinge zu sagt, dann ist das natürlich auch ein guter, wie ich sag jetzt mal, Klicks zu generieren und dementsprechend auch Geld zu verdienen. Gut, das waren heute hier die zwölf Nischen, die ich euch vorstellen wollte. Was denkt ihr über diese Nischen? Ist eine Nische von denen vielleicht für euch relevant? Ist die interessant? Möchtet ihr damit starten? Schreibt es gerne in die Kommentarsektion rein. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching-Buch möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.